Dodge spannt die Elektromuckis an. Der US-Autobauer stellt sein neues Power-Konzept vor, genau genommen den Dodge Charger Daytona SRT Concept. Ein verdammt langer Name für eine eigentlich einfache Sache, ein elektrisches Muscle Car. AD V8, hallo 800 Volt Technik. Mit dem Charger Elektro-Konzept geht Dodge zwar neue Wege, behält aber einige Verbrennergene. Der Frontgrill zum Beispiel soll an den 68er Charger erinnern. Zusätzlich gibt es einen neuen Front-Spoiler. Am Heck spendiert Dodge dem Konzeptauto einen integrierten Spoiler und auch eine Auspuffanlage. Ja, richtig gehört, einen Elektro-Auspuff. Will heißen, aus dem Heck kommt V8-Sound à la SRT Hellcat. Weiter geht's mit dem Antrieb. Mit der sogenannten E-Rubbed-Technik meldet Dodge noch ein Patent an. Das simuliert nämlich eine klassische Gangschaltung, also Kopfnicken inklusive eben nur elektrisch. Im Styling bleibt der neue Stromer ein klassisches breites Muscle Car mit Ecken und Kanten. Innen geht der Charger Daytona SRT-Konzept dagegen moderne Wege, Panoramaglasdach, fahrerzentriertes Cockpit und Performance-Sound natürlich auch im Inneren. Nur das neue Logo, das mag ein bisschen irritieren, erinnert es doch eher an ein leuchtendes Dreieck und hört auf den Namen Fred Sock. Naja, man kann nicht alles haben. Entschuldigung. Vielen Dank.